guten tag und herzlich willkommen zu dpt tv in dieser woche meine damen und herren in den sommermonaten juli und august wollen wir noch einmal zurückschauen auf den 29 deutschen präventionstag der im juni in cottbus schossebus im land brandenburg stattgefunden hat dpt tv hat vor ort mit einigen expertinnen und experten die am kongress teilgenommen haben zusätzliche interviews geführt und die wollen wir ihnen wie gesagt zeigen in den sommermonaten diesen jahres heute sehen sie das interview mit dr andreas schwarz er ist ökonom und vizepräsident des europäischen amtes gegen betrugsbekämpfung oder für betrugsbekämpfung muss natürlich richtig heißen kurz aus der englischen schreibweise abgeleitet mit der abkürzung olaf sehen sie nun das interview mit dr andreas schwarz herr schwarz was ist olaf olaf ist die europäische betrugsbekämpfungsbehörde olaf existiert seit 25 jahren wir widmen uns vor allem dem kampf gegen den betrug am europäischen haushalt also sowohl auf der einnahmen als auch auf der ausgabenseite des europäischen haushalts wir haben in diesen 25 jahren mehr als 6000 ermittlungen geführt und circa 16 milliarden euro verhindert dass er sozusagen falsch verwendet wurde oder der eu-haushalt da betrogen wurde sicherheit im wandel bedeutet auch betrugsbekämpfung in einem sich verändernden umfeld welche neuen bedrohungen und trends beobachten sie derzeit auf europäischer ebene es gibt natürlich eine ganze reihe von neuen dingen zum einen sind die täter also die betrüger raffinierter geworden arbeiten mit modernen technologien sogar künstlicher intelligenz darauf müssen wir uns einstellen zum anderen gibt es auch neue themen denen wir uns widmen müssen wir sind zum beispiel sehr aktiv in der verhinderung der umgehung der sanktion gegen russland das ist ein ganz großes thema mittlerweile auch für für olaf dann haben wir natürlich als eu auch neue beitrittskandidaten und in an erster stelle würde ich da die ukraine erwähnen wo wir auch sehr im präventiven bereich tätig werden müssen damit die europäischen gelder dort gut verwendet werden wie hat sich die arbeit von olaf in den letzten jahren weiterentwickelt um diesen neuen herausforderungen gerecht zu werden also wir stellen sehr darauf ab digitale instrumente zu benutzen also zum einen datenbanken zugang zu daten wir werden computer aus wir werden telefone aus von verdächtigen personen und der ganze bereich it ist für uns immer wichtiger denn verbrechensbekämpfung im 21 jahrhundert erfolgt digital und das ist ein großes augenmerk unserer arbeit arbeiten sie auch mit kai wir arbeiten auch mit kai ich gebe zu wir sind noch am anfang also wir sind dabei dass das zu entwickeln aber da gibt es natürlich ganz verschiedene einsatzbereiche zum beispiel wir haben ja hunderte von datenbanken soll datenbanken wir haben ausgaben datenbanken des europäischen haushalts wo begünstigte aufgeführt sind und was wir versuchen wollen ist all diese datenbanken stärker zu verknüpfen um dort dann muster und so weiter zu erkennen die dann bei der betrugsbekämpfung behilflich sein können welche rolle spielt die internationale kooperation und der informationsaustausch zwischen den mitgliedsstaaten bei der bekämpfung von betrug das ist eigentlich der entscheidende teil unserer arbeit olav wir haben nur 400 mitarbeiter wir sind also nicht sehr groß aber wir koordinieren verschiedene stellen aus ganz europa zollkriminalämter zum beispiel oder auch polizei staatsanwälte um der verschiedene mitgliedsstaaten um betrug bekämpfen zu können man kann betrug in europa heute eigentlich nur noch als team als europäisches team bekämpfen können sie uns beispiele für erfolgreiche initiativen oder maßnahmen nennen die von der europäischen anti betrugsbehörde umgesetzt wurden um die sicherheit und integrität der eu-finanzinteressen zu gewährleisten ja ich kann ihnen vielleicht ein beispiel nennen das ja große schlagzeilen gemacht haben wir haben also ein fall aufgedeckt des groß angelegten betrugs des imports chinesischer textilien und schuhen in die europäische union die zu preisen deklariert wurden die weit unter dem warenwert lagen da ging es darum soll zölle zu sparen das hat olaf aufgedeckt erfolgreich aufgedeckt und die europäische kommission hat dann maßnahmen ergriffen so dass diesen betrügern das handwerk gelegt wurde gleichzeitig hat der fall dazu geführt dass das vereinigte königreich das ja jetzt nicht mehr mitglied der eu ist aber trotzdem noch dafür verantwortlich war 2,6 milliarden euro in den europäischen haushalt nachträglich einbezahlen müsste das ist der größte fall den wir jemals gehabt haben welche bedeutung hat der dpt für ihre arbeit ich habe mich kurz schon mal ein bisschen umgesehen ich bin extrem beeindruckt von der veranstaltung wir bei olaf halten prävention für das wichtigste im bereich betrugsbekämpfung wir können mit ermittlungen immer nur einen kleinen prozentsatz des wirklichen betrugs verhindern das heißt prävention ist für uns entscheidend und natürlich ist das das thema dieser konferenz hier und ich kann nur sagen eine ganz großartige veranstaltung und ich wünsche natürlich sehr viel erfolg ich bedanke mich für ihre aufmerksamkeit wünsche ihnen eine gute sommerzeit weiterhin und vor allen dingen dass sie zuversichtlich bleiben bis zur nächsten woche wenn sie mögen tschüss